Ich habe mich vor einigen Jahren an einem großen April-Scherz für D-Sims 4 versucht. Ein angebliches Update sollte erscheinen, mit dem die Einbrecher zurückkommen sollten. Diese waren schon immer in der Sims-Reihe vorhanden, außer in D-Sims 4. Hier fehlen diese bis heute. Weiter sollte das gefälschte Update ebenfalls Fahrräder und Autos mit eigenen Merkmalen ins Spiel bringen, wofür ich einen kleinen Teaser gebastelt habe. Seht's selbst! Was denkt ihr über den gefakten Teaser? Sieht dieser für euch realistisch aus? Schon ganze fünf Jahre her, trotzdem aber immer noch witzig.